Die WHO hat dem Virus jetzt einen Namen gegeben. SARS-CoV-2. Jeder Zweite, der auf der Intensivstation landet, stirbt. Da kommt ein Tsunami auf uns zu. Was bringen Sie uns hier? Verdacht auf Lungenentzündung. Stopp! Das könnte unser erster Corona-Fall sein. Covid-Protokoll? Ich bin Dr. Mellau. Wir sorgen jetzt dafür, dass Sie wieder Luft bekommen. Dieses Virus, wir erfahren ja immer nur die halbe Wahrheit. Ich bin sicher, die machen jetzt das ganz große Geschäft mit dem Impfstoff. Und wir werden alle zwangskillen. Hast du eigentlich Angst, Mama? Nein. Ich passe auf. Als wir auf der P9 los sind, hatte er noch eine 90er Sättigung. Aber mein Fahrstuhl ist dann plötzlich auf 75 runter. Ich habe... Oliver, nimm die Hände aus dem Gesicht. Du desinfizierst jetzt deine Handschuhe und ziehst dich genau nach Schema aus. Ich erinnere mich nur an den Albträumen. Ich war gefesselt im Wasser. Bitte, heute kein Wort mehr über Corona. Weißt du, was uns allen am meisten fehlt, nicht? Nähe. Wir sehen uns allen am meisten. Wir sehen uns allen am besten. 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 Wir sehen uns allen. Wir sehen uns allen am besten. Wir sehen uns allen. Untertitelung des ZDF, 2020